Wolltest du jetzt das Spiel wieder? Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer Runde mit meiner Cousine hier in Among Us. Hey! Moin! Okay, ich bin Wissenschaftler. Was bist du? Ähm, hier, wie heißt es? Ingenieur. Okay, das sagst du immer? Ich bin halt auch fast immer Ingenieur. Okay. Du machst jetzt ein Notfall-Meeting, wie dumm ist das denn bitte? Das heißt aber, dass er ist ein... Okay? Das ist das. Einer ist umgebracht? Ähm, hä? Okay, Cosima, Cosima, ich vertraue dir jetzt mal und ich vote mal gegen dich. Also im Sinne von, dass ich es in den Chat schreibe, aber in Wirklichkeit vote ich diesen Quimlon, okay? Also wir verarschen ihn. Also das stimmt für Reigns. Also wenn du mich jetzt rausvortest, ne? Ich vertraue dir nicht. Ich habe Angst. Du! Hä? Ich habe dich nicht gevotet, ne? Ja, er hat mich gevotet, weil er dumm ist. Aber, ja, ja, war klar. Ne, wenn ich dir vertraue... Wieso vertraue... Ich war auf der Welt, ja? Ja, aber wieso vertraue... Wieso bin ich so naiv? Du bist mein kleiner Cousin und du bist immer naiv. Leider bin ich ein kleiner Cousin, da reitet sie, da reitet sie, by the way, immer drauf rum. Ja, du bist halt jünger als ich. Ja. Und schöner. Und schöner. Also fast jeder auf dieser Welt ist größer als du für mich gefühlt. Du bist ja, by the way, auch, äh, kleiner Spoiler-Sesign, 70. Ne, nicht mehr. Wie viel? Wie viel? Ich nicht. Okay. Klein. Und ich bin Crew-Mate und jetzt darf ich wieder Angst haben, dass ich sterbe. Was bist du? Äh, ein Filtersatz. Also, wieder hier ein Ingenieur. Oder die Wissenschaft, klar, mal gucken. Sass. Dann hast du doch mal ein bisschen verknallt, wenn du auch mal jetzt Ding da rumsst, oder? Diesmal vertraue ich ihm. Dann bin ich Ingenieur, dann bin ich Ingenieur. Okay, dann vertraue ich ihn. Was ist denn gegen mich? Hehe, Leute, sie ist draußen. Unfall dahinter. Hasse dich. Ha. Aber du bist so ein... Ja, letztes Mal hast du mich zum Vertrauen gebracht. Und dann hab ich dir... war ich so naiv und hab dir vertraut. Vertraut? Ja, ich hab dir vertraut. Vertraut, nicht vertraut. Und das ist so scheiße, dass ich dir wieder vertraue. Du weißt... Und er hat sich gewartet und das warst du. Ne, ich hab Quimlon gewartet. Ja, dann hat der mich gewartet. Ja. Ich wollte einmal nett zu dir sein. Und einmal dich so... Ah, ich hab eigentlich... Ist von hier. Komm hier hin und zeig mir, wie du rentest. Wo bist du? Hier im... Mensch. Hier, komm auf die andere Seite gewendet. Ja. Ja, war klar. Guck. Ich hab dir vertraut. Wieso vertraue ich dir? Ja. Ja. Wie verwandelst du dich vorhin und bringst ihn nicht um? Irgendwie los. Ich hab nur zwei Leute umgebracht, also hab ich gewonnen. Mhm. Ja. Und ich hab dir zweimal vertraut und das war dumm. Und das hat sich gereinigt. Das war sehr dumm. Leute, wieso bin ich so nett? Du bist mein kleiner Cousin. Ja, was hat denn jetzt damit das schon... Betonung auf klein. Du bist immer so ein bisschen naiv. Aber nett gemeint, naiv. Naiv, dick, klein und rund, gell? Das passt aber mir gar nicht. Das erste passt, das andere nicht. Ja, ich bin nicht dünn. Ich bin ne dünne Maschine. Ja, ist klar. Leute, sporten zwei dieses Jahr. Ich weiß auch nicht, was mit meinen Sportlehrern los ist. Das Geile ist, mir hat meine Sportlehrerin einfach ne schlechte Note gegeben, weil ich mit einer Person am Rand gequatscht habe bei ihrer Begründung. Natürlich? Soll es sein. Ich hab da vor allem ne Vorredner. Zwei Verräter, ich geh hier. Ich stimpe, Cousin macht's gut. Ich bin's nicht. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Bei wem bist du gerade? Lua, da bin ich bei diesem Blauen, der mich hat. An dem hab ich kein dieses Transportmittel da gestohlen. Okay. Wo bist du? Ich bin im Archiv. Okay, dann geh zu dem Ding, geh in die Mitte vom Archiv, also da, wo diese Stühle sind. Warte mal hin. Lauf gerade hin. Ja. Ich bin da. Okay. Dann sollte ich jetzt auch dann gleich kommen. Bleib mal da. Ich komme dann gleich so. Jetzt steh ich nicht. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Leute, ich geh hier durch, hier durch, hier durch. Es ist ein langer Weg dazu, dahin. Ähm. Ich muss in die Küche. Och, nee. Wieso bin ich nur in der Küche? Boah, du hast ihn umgebracht. Nee, jemand hat Wandler gemacht. Ein Imposter ist hier schon raus. So, jetzt aber. Du, ich muss gleich los. Ja, Leute. Nach dem Game. Ja, Leute, wir hauen jetzt noch sie raus. Danke. Ja, sorry, muss sauber sein. Ihr habt ja einfach so selber für mich gewartet. Nee, ich glaub, das brauch ich bestimmt noch nicht. Ach, genau! Ach, genau! Ach! Hi! Nein! 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 Oh! Ich hab's geschafft! Raus mit dir, Quimlon! Bei... Ich wünsch dir noch... Also, ja... Dings... Ich will nur wissen, bist du jetzt verrägt oder nicht? Nee, bin ich nicht. Ist klar. Jetzt ist halt die Frage... Ich werde ausgetrickst. Ist irgendwie dumm. Leute... Ich will doch einfach nur mal gewinnen. Prapo... Das... Mein Name gefällt mir so hart, Leute. Leute! Tschüss! Na, okay. Tschüss! Okay, Leute. Sie ist erstmal raus. Und... Wieso vertraut mir denn niemand auf dieser Welt? Niemand, Leute! Niemande! Niemand vertraut mir! Und jetzt kann er mal sehen, was er davon hat, ne? So schlecht! Okay, Leute! Damit... Tschö mit Ö! Adieu! Haut rein und... Tschau! Tschö!